Welches sind die besten Sorten für Outdoor in Deutschland oder was ist maritimes Klima? Erkläre ich dir in diesem Video nach dem Intro. Was geht ab 420s? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier auf meinem Kanal seid. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo daletzt, diesem Video ein Like gebt und eure Fragen in die Kommentare schreibt, das macht mich glücklich und zeigt mir, dass ich weiter produzieren soll. Jetzt gehen wir mal darauf ein, welche Sorten denn die besten sind für ein maritimes Klima. Ich gehe jetzt davon aus von Deutschland, hier ist eher maritimes Klima. Was heißt das denn? Maritimes Klima ist ein Klima, welches von viel Regen beeinflusst ist, welches milde Temperaturen im Winter hat und nicht so starke im Sommer. Das ist meistens hier in Deutschland der Fall. Anhand dessen können wir dann auch ausgehen, welche Pflanze hier am besten wachsen wird. Für Deutschland würde ich natürlich immer eine Automatik für den Outdoor-Anbau bevorzugen, weil der Zyklus einfach schneller ist und ihr da mehrmals im Jahr auch anbauen oder ernten könnt. Was sind das denn für Sorten? Gehen wir mal auf fünf Sorten ein, warum diese geeignet sind und welche diese überhaupt sind. Train Nummer eins wäre Skunk XL. Skunk XL stammt von der Skunk ab. Das ist eine legendäre Sorte, jeder Grower wird sie kennen und ist eine Pflanze, die einen fetten Ertrag abwirft. Sie hat nicht so eine lange Blütezeit und ist auch in Automatik-Samen erhältlich und bringt euch Outdoor fast 700 Gramm pro Pflanze ein, was wirklich erstaunlich ist. Der THC-Gehalt wird ungefähr bei 15% liegen und die Pflanze wird nicht allzu hoch. Outdoor-Strain Nummer zwei, Jamaican Pearl. Die wird etwas größer, ist eher sativer dominiert, kommt aber super mit maritimen Wetter klar und hat eine kurze Blüte Dauer, was sie auch wieder optimal für maritimes Wetter in Deutschland macht. Der dritte Strain wäre Early Skunk mit fetten Erträgen, Leute. Und diese ist auch wirklich super für maritimes Wetter geeignet. Und wie man schon merkt, Skunk jetzt schon zum zweiten Mal. Ja, Skunk-Sorten sind super Sorten, die resistent gegen Kälte sind und genau das benötigen wir. Der vierte Outdoor-Strain ist ein Klassiker und das wäre Northern Lights. Northern Lights ist auch eine Sorte, die super mit kühlem Klima klarkommt und für deutsche Verhältnisse ein super Wachstum aufzeigen kann. Und auch wirklich fette Erträge von 500 bis 600 Gramm pro Pflanze Outdoor abwerfen kann. Sie hat ein THC-Gehalt von ungefähr 18 Prozent, was auch ganz in Ordnung ist und wirklich einen leckeren Geschmack vorherbringt. Der fünfte Outdoor-Strain und der letzte für dieses Video wäre Critical. Eine Mischung aus Afghani und Skunk. Ja, diese Sorte ist auch wieder super für maritimes Wetter geeignet. Bringt einen Ertrag von 600 bis 650 Gramm pro Pflanze. Outdoor, heftig. Ist wieder bei 18 Prozent THC ungefähr. Sie wird knapp zwei Meter hoch. Und Leute, wieder eine sehr, sehr gute Sorte, die ich euch empfehlen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, like das Video. Und welche Sorte baust du an? Schreib sie doch gerne in die Kommentare. Es würde mich wirklich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer MMFG.